Warum ist euer Personal Training advanced, Marcel? Wir sind Advanced Personal Training, weil wir ganzheitlich, vielseitig aufgestellt sind. Wir bieten Fitness, Sport im klassischen Sinne an. Dazu kommt noch Ernährungsberatung, Massage, Entspannung, Hypnose, Online Personal Training, direkten Kundenkontakt und zwar permanent. Wo kann ich mit dir trainieren, Marcel? In den Räumlichkeiten unserer Partner beispielsweise. Zuhause natürlich, Outdoor, draußen, im Garten, am See, im Park, an deinem Arbeitsplatz und auch auf Reisen oder im Urlaub. Womit wird bei euch trainiert? Unser großes Steckenpferd ist das funktionelle Training. Freie Gewichte wie Kettlebell, Dumbbells, also Kurzhanteln und Langhanteln kommen dort in Frage. Das eigene Körpergewicht, wir sind vielseitig aufgestellt. Was kostet Personal Training? Das ist immer zielabhängig. Wir bieten dafür verschiedene Paketoptionen an. Kann man bei euch ein Probetraining absolvieren und wenn ja, was kostet es? Du bist herzlich eingeladen bei uns und mit uns zu trainieren in Form von Probetraining. Es ist für dich for free, wenn du darauf ein Paket buchst und weiter mit uns trainierst. Ansonsten fällt eine verringerte Gebühr an. Bist du neugierig geworden? Scroll nach unten, klick auf Probetraining und überzeug dich selbst. Wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal.